Hey! Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Hey, ich versuche mich doch gerade zu entschuldigen. Entschuldigen? Was heißt entschuldigen? Entschuldigung, ich... Tut mir leid. Einfach nur episch. Boah, das ist unerwartet. Miriam, jetzt bleib endlich stehen, du bringst uns auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung, jetzt geht's gerade nicht. Entschuldigung. Die Sacherdorte ist leider aus, aber... Dann ist deine Sacherdorte. Oh Gott. Ja... Känst du ihn. Bis dann mit der Sacherdorte Einahmehens zu liefen. Und sicher.